Im Prinzip variiert je nach Blog die Online- und Präsenzvorlesungszeit. Ich würde aber schon sagen, man muss viel anwesend sein. Ich persönlich pendle aus Mannheim. Das funktioniert bei mir super. Ich fahre ungefähr 40 Minuten, aber das hängt natürlich auch wieder von ihrer individuellen Reisekondition und Verfassung ab. Und auch die Anbindung ist perfekt. Das sieht man hier schön an der Station im Hintergrund direkt am Campus.